Hey Leute, willkommen zu einer neuen Runde Ultimate Chicken Horse mit Rikki und Anni. Hoi. Oh Gott, ich komm da nicht hoch. Mit Rikki und Anni. Komm rein. Wir spielen Wasserfall. Und danach irgendwas anderes nochmal. Wir müssten ehrlich das nochmal nachmachen, was wir auf der Lärmparty gespielt haben. Boah. Nur bauen, nicht zu spüren. Ja, Alter, das war extrem, Alter. Aber es war so witzig. Schaffen wir dann nicht, oder? Weiß es nicht. Meistens mal kommt auf meinen? Ja, sicher. Ja, locker. Ja, locker. Nein, okay. Nein! Die Frage ist, kommt mal Frikki sein. Ja, wenn es das ist, die Gerüche. Ich hätte vielleicht ein Stückchen nach unten sitzen müssen. Ja, ja, ein bisschen. Vielleicht. Okay, erst mal das dann zu. Da, ich verlängere es nach unten, okay. Okay. Nein, ich bin nicht gesprintet. Wie dumm. Wie dumm ich einfach bin. Nein! Oh Gott. Was wartest du? Seit wann rutscht man denn da ab? Nein! Da war einfach gar nichts. Und Anni so, ja, ich will nicht mehr, ne? Boah, die Tür ist echt spaziert, scheiße. Die Tür ist eigentlich gut, aber wir nutzen es Ihnen ja falsch. Oh, warte, hier muss ich... Nicht schon wieder... Boah. Nicht Wasser! Wasser ist ganz böse. Boah, da wäre ich mal da runtergefallen. Boah, boah. Die Tür, die Tür war fest, was schloss. Hä, warte, das geht doch jetzt gar nicht, oder? Das geht voll. Ich zeig's... Boah! Wir sterben nicht an der Maschine. Ich... Okay, das geht nicht mehr. Man. Wir brauchen eine Alternativroute. Wir brauchen eine Alternativroute. Jung. Oh shit, richtig geiler Klau, viel Spaß, viel Spaß, oh Gott, okay, dann zeig's, Oh Jesus! Und dann ganze, du hattest geldt, jahe, bleiku, aha, jetzt東, alter Asi, so fließt, if you want it, flight, expel participation, Euhm herausgegeben elder, das macht dir alles etwas staunt... Ich glaub, wir müssen da wieder was entfernen! Nee, nee, wir... Ach! .... Wir dürfen ja, entfernt... Sowärs ja nicht! Das geht schon... Ach, na na, geht schon... Ich entferne Dazi, okay? Okay! ер, ich entferne Dazi! Ja, der ist besser als vorher! Nein! Na mal, Reki hat's geschafft. Fuck! Reki hat's geschafft. Andy, aber Andy hat sich immer so brutal. So, jetzt ziehe ich wieder los. Andy hat's geschafft. Jetzt stirbt du noch irgendwie, das ist ja lustig. Andy, komm, geh rein. Lustig kommt ein Pfeil aus dem Nichts. Pssst! Ja, Mann! Ah, gleich viel Puppe. Sonde! Oh Mann, das wollte ich nehmen! Nichts, nein, das kommt hier rein. Wie groß ist wohl der einzigste Radius von dem schwarzen Loch? Nein, 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 nee. Wie wird's schon verhindern, dass wir überhaupt wieder hinkommen? Ah! Nein! Nein! Ich bin einmal durchgelaufen und sagte, die Tür war offen. Ja, richtig. Scheiße! Nein, die Tür war fest, verschlossen. Was? Bringt das Andy? Nein! Ich hab mich selbst getötet! Nein! Ich hab mich fucking selbst getötet! Wie stümperhaft war das denn? Was? Was? Was war da hinten los? So, da war immer so tsch 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 Yo, das hole ich mir Oh, warte mal Hä, ne, ne Na komm Weiß nicht Wir waren schon wieder an dem Alternativweg Na Alex Ich finde überwiegend ist das was du machst toll Ich bleib aber lieber unten Alex, es war knapp Oh, oh, oh Haha, ja Jawohl, Punkte Ah nein, ich bin Underdog Jetzt zweimal nicht wieder mit dabei Nein, was? What? Nein, wo bin ich? Alles klar Alter, dann zieh ich mich Nein Boah, ihr mich verarscht Ihr glaubt nirgert, dass ich gestorben bin Ja Sehr schön Alex Sehr schön Mann, ist er wieder erst Oh, fuck Wo war ne Münze, ey Wo war ne Münze? Das war ein schwarzes Loch Wie hast du die gekriegt, ohne zu sterben? Na, ich bin halt nicht ins schwarze Loch gesprungen, selber ist es Nö, nicht so, ne Keine schlechte Idee, ja Hier, fick dich Ricky mit deinem Weg da Hier, fick dich Ricky mit deinem Weg da In dem was Andy immer nimmt In dem er stirbt Oh nein, Andy Äh, nee, Alex war das mit dem Fass Wow Oh Was? Nein, hier wollte ich nicht gleich Nein Oh mein Gott Nein Wieso? Wo ist Andy schon gestorben? Mal so ne Frage Ich wollte, ich wollte woanders lang gehen Einfach verkackt, ey Fuck Was? Was? Ich nehm den Alternativruut Die Alternativribe für Deutschland Fuck off, Alter Ich will da noch Ja! Ja! Also Andy ist auch noch da So Andy, viel Spaß Mhm Weil er nimmt die Alternativruut und steht einfach da Ich muss warten, bis ich die, der richtige Moment für mein, äh... Das war jetzt der richtige Moment, oder? Das war der richtige Moment. Ich muss warten, bis der richtige Moment, Kaxi, ey, eröffnet hat. Oh, die Wunde, nein. Oh, scheiße. Was? Was? Wieso? Wieso ist da so ein Scheiß? Du wolltest nur noch nicht irgendwie ins Ziel kommen. Ja, du gewinnst aber so und so nicht. Doch. Nee. Underdog. Ja, Underdog und so. Nein, ich glaube nicht. Das kann dauern. Nee, ich muss auch den Erwecken, Moment mal. Wir haben gestern auch auf die perfekte, wir, wir haben immer auf den Scheiß-perfekten Moment, warte und dann stirbt. Maaan. Ich bin ultimativ, das schon. Nee, aber ich glaube, die war lange genug jetzt, glaube ich. Ich glaube, das war hier alleine schon lange genug. Also, wenn ihr gefallen habt, abonniert, kommentiert, positiv, werdet nicht vergessen. Schaut bei den anderen Projekten vorbei. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.